Auf den Bahamas gibt es rund 1000 Blue Holes, blaue Löcher, mehr als irgendwo sonst auf der Welt. Blue Holes sind Höhlensysteme von Meerwasser geflutet. Die Höhlen liegen nicht nur am Meer, sondern auch im Inland, wie hier auf den Abbeco-Inseln. Die urzeitlichen Höhlen entstanden vor tausenden von Jahren. Damals bildeten sich auch die Tropfsteine. Anhand der Abfolge der Tropfsteinablagerungen kann man Rückschlüsse auf das Klima vergangener Zeiten ziehen. Damit sind die Blue Holes auf den Bahamas Archive der Erdgeschichte. Doch wie sind die geologischen Kostbarkeiten entstanden? Während der Eiszeit ließ die Vergletscherung den Meeresspiegel weltweit um bis zu 130 Meter sinken. Weite Teile der Riffplattformen aus Kalkstein, die den Untergrund der Bahamas bilden, fielen trocken. Durch Risse drang Regen ein und löste den Kalk auf. Weitverzweigte Karsthöhlen entstanden. Eingestürzte Höhlendecken bildeten die charakteristischen runden Löcher. Am Ende der letzten Eiszeit stieg der Meeresspiegel wieder an und flutete die Höhlen. Eingestie Anhand der Abfolge der Riffplattformen Manistere Wettbewerb Aber in der vergangenen Tü kit ist ja dieser Ebene. Anhand der Abfolge der Riffplattformen Manistere Wettbewerb Und der Abfolge der Riffplattformen Manistere Wettbewerb Manistere Wettbewerb